So, halloa Leute und willkommen auf meinem MechWarrior Kanal. Ich bin der Shirako und ja, wie schon erwähnt, es wird hauptsächlich um MechWarrior gehen. Ich spiele noch ein paar andere Spiele, aber jetzt am Anfang erstmal hauptsächlich MechWarrior. Ich werde mich nicht als Pro-Gamer darstellen, ne. Also ihr werdet auch mal verlorene Spiele sehen, wenn es zumindest einigermaßen an dem Valiv. Ähm, ja, wie fangen wir an? Ich werde jetzt erstmal die ersten Videos, meine Garage ein bisschen durchgehen, also meine ganzen Mechs einfach mal ein bisschen zeigen, damit ihr so wisst, was ich dann so an den Start bringen kann. Ähm, ich werde öfters mit meinem Clan unterwegs sein, den Wolf-Dragonern. Also werdet ihr wahrscheinlich auch einige Clan-Drops sehen. Das wird man aber dann schauen, wie es einfach von den Aufnahmen her passt. Ähm, ja. Ja, was kann man denn noch sagen? Ja, gut, das Ganze werden jetzt keine Lehrvideos, ne. Ihr sollt Spaß haben beim Schauen. Das ist so die Hauptsache für mich. Und so ungefähr werden dann die Videos auch gehalten. Ähm, Anregungen, Comments, natürlich, äh, gerne in die Kommentare unten. Ne, würde ich mich freuen. Ich bin ja noch neu, äh, als, ja, kann man sagen, hier als Uploader. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Schauen meines Kanals. Und, ähm, ja. Ich wünsche euch was, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.